hallo liebe jungfrauen ich begrüße euch sehr herzlich zu eurem monats orakel für den monat november ja und ihr seht ich habe es noch einmal ein wenig verändert es bekommt jedes sternzeichen sein eigenes orakel monats orakel ja meldet mir gern mal zurück wie euch das wohltut wie euch das gefällt ja ob ihr damit besser zurecht kommt oder ja euch das auch lieber ist so ein bisschen konkretere einblicke zu bekommen bisschen ausführlicher die legung zu haben ja die legung ist für jungfrauen die die jungfrauen in der sonne haben oder im mond venus ascendent aber ja ihr könnt es einfach auch so schauen das video wie ihr das gerne möchtet wann es zu euch kommt wenn es euch interessiert ja es ist ja immer wieder so dass das wäre alle eigentlich jedes sternzeichen irgendwo in unserem geburtschart vertreten haben ja vielleicht einfach auch merkur oder chiron oder wo auch immer ja also irgendwie stehen wir ja mit allen sternzeichen in berührung und mitunter ist es so dass ja ein sternzeichen das sonst vielleicht nicht so die bedeutung die große bedeutung im chart im geburtschart hat zu bestimmten zeiten einfach auch präsenter ist ja und größere wirkung hat insofern wenn du dich zu irgendetwas hingezogen fühlst merkst du hast da ja bessere verbindung dann nimm dir diese sternzeichen oder dieses sternzeichen eher an mehr zu herzen ja wir starten in den november wir sind im november und ja das wird ein mit sicherheit sehr transformativer monat ja da gibt es eine menge gedenk und feiertage die ja an das transformativ in unserem leben erinnern ja dass etwas zu ende geht in eine neue lebensform auch übergeht ja vielleicht einfach auch verändert und bereinigt werden sollte ja da gibt es aller seelen alle heiligen bus und bett tag den toten oder ewigkeit sonntag und dann stoppen wir auch schon in den advent am ende des monats das ja auch noch mal eine besondere vorbereitungszeit auf das große fest auf das licht hin ja auf die lichte kraft hin ja insofern wird es sicherlich spannend und es gibt auch eine menge an portal tagen vielleicht greife ich das später noch einmal auf gesondert aber heute schauen wir einfach mal für die jungfrau ins monatsorakel hinein und ich habe hier übergeordnete botschaften und hier noch einmal zu den einzelnen dekaden also zehner tagen jeweils tarot karten die energien können so vorkommen ja sie können zeit ist ja wie immer fließen sie können eben insofern auch schon im oktober gestartet sein sich bis in den dezember hinein ziehen und einander vielleicht einfach auch nur schon schauen wir mal ja lassen wir uns da überraschen also einmal erst einmal die übergeordneten botschaften und hier habe ich wieder die schönen farbkarten ja die einfach auch so schön an den herbst erinnern was zeigt sich da da haben wir braun es täglich bauen der es ja es täglich bauen der es ja etabliere grenzen setze grenzen ziel grenzen vielleicht kommst du aus einer zeit da hattest du ja viel aufzubringen sich mit viel auseinander zu setzen vieles wurde dir abverlangt ja und ist dir vielleicht auch über die grenzen gegangen über deine eigenen hat dich zu stark gefordert vielleicht vielleicht waren es auch zu viele aufgaben ja und deine eigene kraft deine eigene lebendigkeit gerät dabei so ein bisschen ja auch in gefahr ja gefahr erschöpft zu werden ja ziehe grenzen gesunde grenzen damit du in deinem wachstum bleiben kannst in deiner gesundheit in deiner lebendigkeit grenzen ziehen bewusst hin zu bestimmten aufgaben zu bestimmten menschen ja zu dem was zu deinem leben gehören soll ja womit du dein leben täglich auch füllen möchtest was du essen und trinken möchtest was du tun möchtest ja welchen aufgaben du dich besonders widmen möchtest welchen menschen in welcher art und weise du dich dir selbst besonders widmen möchtest es geht hier ein stück weit ja um erdung ja du bist ja ein erd zeichen insofern liegt dir das nicht fern auch immer wieder darauf zu schauen es ist so dein grundbedürfnis mit geerdet zu sein ja stabil verlässlich das wünschte dir ja in gewisser weise von dir selbst vom leben von anderen und da gilt es immer wieder grenzen zu ziehen um ja dieses flänzlein um dein leben einfach auch zu schützen ja um verbunden zu bleiben mit der stabilität ja vielleicht suchst du dir da einfach auch bestimmte unterstützung ja in bestimmten handlungen ritualen eben ja verhaltensweisen in bestimmten menschen und aufgaben in bestimmten beziehungen vorhaben ja aber es scheint ja wichtig zu sein wieder einmal mehr auf die eigenen grenzen auch zu achten ja was haben wir weiter aus dem heilungsengel orakel entschuldigung entschuldigung beziehungen überdenken aha ja ja das war jetzt schon ein bisschen mit angeschnitten vielleicht gilt es da beziehungen zu überdenken ja beziehungen die dir zu viel sind die dir über deine grenzen gehen die eben nicht stabil und verlässlich sind ja und ja du konzentrierst dich einfach da auf die beziehungen auch die dir halt geben ja die dir nahrung geben die dich lebendig sein lassen die dich schätzen auch ja wertschätzen ja es muss nicht sein dass du beziehungen unbedingt aufgibst aber vielleicht veränderst du sie auch ja gestaltest sie anders so dass sie vielleicht verlässlicher werden ja du wählst deine beziehungen pflegst sie ja schaust sie dir genau an nicht nur die beziehung zu menschen sondern wir haben ja hier auch Tiere die ihr im kopf sind oder am kopf ja die diese ganze wunderbare gestalt hier die dame mit verzieren und ja ausmachen ja vielleicht hast du da einfach auch eine bestimmte beziehung zu Tieren ja eine bestimmte liebe zu einem bestimmten tier zur natur überhaupt ja beziehungen überdenken ja das stärkt einfach auch dich selbst ja wir sehen hier hinten noch den vollmond und diese mond sichel hier auf dem kopf der dame ich nehme es noch doch mal ja es erinnert so ein bisschen an die an die hohe priesterin auch ja die ja einfach da auch intuitiv lebt und webt und ja wahrscheinlich einfach dann auch verbunden ist mit allem sein mit der natur mit der tierwelt mit der pflanzenwelt mit ja natürlichen ritualen einfach auch natürlichen zyklen ja was haben wir weiter affirmation for acceptance ja diese karte sagt oder weist darauf hin ja dass wir manchmal einfach auch Dinge Erlebnisse Ereignisse Beziehungen ja einfach auch so akzeptieren sollten wie sie sind und ja nicht mit Erwartungen überfrachten sollten ja ja und das heißt dann eventuell auch wenn eine Beziehung nicht gelingt ja dann ist das halt so oder dann ist es gerade so ja vielleicht man kann es sich ja später auch einmal ändern die Würfel können neu gemischt werden ja aber momentan ist das stand der dinge ja das das eine gelingt das andere nicht ja andere menschen anders ticken als wir selbst ja bestimmte Prozesse einfach in ihrem eigenen Tempo halt auch vorangehen ja wir nur bedingt etwas zutun können ja und ja da gilt es das eine vom anderen zu unterscheiden das was möglich ist zu tun das was nicht möglich ist zu tun ja und nicht unnötig ja einfach auch Kraft zu investieren ja ein Stück weit ist damit auch verbunden die bitte um ja Weisheit oder um Unterscheidungsvermögen wo es lohnt Kräfte einzusetzen ja wo es sinnvoll ist eben bestimmte Grenzen auch zu ziehen und nein zu sagen oder erst einmal Abstand zu nehmen sich bewusst zurückzuziehen um wieder zu Kräften zu kommen ja vielleicht passiert es in der Zeit hier im November auch dass du ja vielleicht auch krank wirst ja weil du überanstrengt bist dass du erschöpft bist ja und da einfach auch gezwungen bist dich zurückzuziehen zurückzuziehen und und auf dich zu achten und an manchen Stellen dann einfach auch klar und deutlich zu sagen das geht nicht mehr oder ich möchte und brauche das so und so ja sei es im Beruf sei es in bestimmten Beziehungen in Liebesbeziehungen in Freundschaften in der Familie ja ja schauen wir weiter was haben wir hier im Elki Orakel she who guides new path guide renewal sie delighted ja du leitest deinen weg ja du bist für deinen weg verantwortlich für deine Lebensweise das wohin es gehen soll ja du darfst da entscheiden ja nicht du musst entscheiden natürlich müssen wir manchmal einfach entscheiden aber es ist einfach auch deine Chance ja und deine Gabe ja führend zu sein in deinem Leben ja und wenn ein neuer Weg ansteht ja darfst du den einfach auch gehen vielleicht bedarf es eben dann hier und da der Erneuerung ja du darfst dich da auf den Weg machen ja manches einfach auch erneuern ja was haben wir hier noch im sacred destiny oracle trust ja vertrauen ja hab vertrauen dass du das gut machen wirst ja dass du deinen weg finden wirst dass du gut entscheiden wirst ja dass sich alles wohl entwickelt ja hier haben wir ein Fischerboot ja die Fischer fahren ja auch nachts zeitig am Morgen hinaus auf den See aufs Meer ja im vertrauen darauf dass sie einen fang machen werden ja dass ja dass es gelingen wird dass ihnen da auch der weg geleuchtet wird ja dass sie Schutz und Leitung bei ihrer Aufgabe erhalten dazu gestärkt werden ja dass sie selbst das nötige Vermögen die Fähigkeiten besitzen vertraue in dich ja vertraue einfach auch in deine Führungskraft in deine Leitungskraft in ja deine Pläne deine Wege deine ganz eigenen Wege ja was haben wir hier noch aus dem Engel der Liebe Orakel zum einen Versöhnung jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben mhm interessant ja vielleicht wird eben da nochmal interessant wie du ja Beziehungen einfach auch weiter gestaltest wie du sie überdenkst handhabst ja was haben wir noch bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen mhm auch hier haben wir wieder das Vertrauen Trust ja mhm natürlich wenn wir bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht haben die noch zu Entschuldigung noch dazu vielleicht eben nicht positiv waren Schmerzen hinterlassen haben Enttäuschungen ja dann hakt sich das sehr fest ja negative Erlebnisse haken sich einfach sehr fest ja und da gilt es sich grundsätzlich einfach damit auch auszusöhnen dass ja Menschen einfach auch so sind wie sie sind du an manchen Dingen ja bauen kannst manchmal aber eben auch ja da Trennungen akzeptieren solltest ja dass Menschen andere Wege gehen anders sind als vielleicht erhofft erwartet als sie vielleicht einfach auch selber gezeigt haben ja zugesagt haben bleib im positiven Denken ja dass nicht jeder unzuverlässig ist dass nicht jeder enttäuscht ja dass Liebe einfach auch kommt ja die Liebesbeziehung die dir gut tut ja vertraue erst einmal auch in dich selbst schätze dich selbst versöhne dich mit dir selbst so wie du bist ja die Liebeskarten die gelten nicht nur für Liebesbeziehungen also hin zu einem bestimmten Liebespartner sondern natürlich auch ja für alle Beziehungen zu nahestehenden Menschen oder zu Menschen die uns ans Herz gelegt werden und zu uns selbst vor allen Dingen auch ja nimm dich selbst einfach auch an akzeptiere dich einfach so wie du bist das ist einfach auch völlig in Ordnung ja manchmal machen wir uns dann selber einfach auch sehr Druck wie wir denn sein müssten sein sollten innerlich wie äußerlich ja ja aber dann komm erst recht nicht vorwärts ja dann ja bedrücken wir uns selbst dicke positiv auch über dich selbst ja schätze dich einfach auch schätze dich in deiner Geerdetheit in deiner Zuverlässigkeit in deiner Führungsqualität ja in deinem ja Optimismus den du auch haben kannst ja schau einfach auch wie du bist ja schätze dich ja was haben wir hier im Detail noch im Tarot ja da da haben wir die Herrscherin das ist eine große Arcana Karte also einfach auch eine bedeutende und gewichtige Energie die auch eben grundsätzlich für dich und über langere Zeit vielleicht einfach auch von Bedeutung von Wichtigkeit sein kann und ich denke ja sie hat eben hier mit der Selbstwertschätzung einfach ganz kräftig zu tun denn die Herrscherin ist diejenige Figur die ja sich selbst zu schätzen weiß die weiß wer sie ist ja die einfach auch liebt wie sie ist und das mit anderen teilt und ausstrahlt und dadurch um sie herum einfach auch alles das grünt und blüht und früchte trägt und ja in guter Beziehung zu ihr steht ja ihren nähe liebt sich da wohl fühlt ja und auch in ihr wächst und gedeiht eben leben und Gutes einfach ja sie wird immer wieder als schwangere Frau dargestellt ja da wächst neues Leben in ihr heran so allgemein betrachtet ja vielleicht bist du natürlich einfach auch schwanger oder wirst schwanger ja oder bringst in dem Monat hier dein Kind zur Welt dann sei einfach auch sehr behütet und gesegnet ja aber ganz allgemein und übertragen betrachtet kann da einfach Neues in dir auch heranwachsen ja ein vielleicht vielleicht schmiedest du Pläne über einen neuen Weg im Beruf ja verspürst eine bestimmte Berufung einfach auch und ja förderst das einfach auch ja gehst dem nach nimmst das ernst versuchst das einfach auch zu erden ja in die Erde da auch in fruchtbaren Boden zu bringen und und voranzutreiben ja so dass es zur Welt kommen kann dass auch andere etwas davon haben und ja an deinem Reichtum teilhaben können ja Herrscherin ist auch eine die eben Achtung bekommt Anerkennung wertgeschätzt wird die sich selbst wertschätzt ja eine tolle Energie falls das bisher noch nicht so war aber es steht wenn es wirklich am Anfang des Monats ist dann steht es schon zur Verfügung vielleicht schon im Vorhinein dass du einfach da wirklich in deine Selbstwertschätzung auch gekommen bist und darin einfach auch gesegnet bist ja was haben wir weiter oh hier haben wir den König der Münzen ja das ist auch einer der um seinen Wert weiß um seinen inneren wie äußeren der das Leben liebt und genießt und ja da einfach auch gesegnet ist mit Reichtum mit Wohlergehen ja das ist ein verlässlicher stabiler Mensch vielleicht manchmal etwas behäbig festgefahren ja zu stark verwurzelt ja wir sehen hier schon den Efeu oder die Pflanzen die Rangpflanzen an ihm hochwachsen so ja beständig sitzt er auf seinem Thron ja das ist so ein bisschen sozusagen die Schattenseite des Königs der Münzen aber er ist auf alle Fälle ein sehr verlässlicher und auch großzügiger und genießerischer Mensch er weiß das Leben zu schätzen ja ja vielleicht begegnet er dir vielleicht kommst du selbst in diese Energie aber eben vielleicht begegnet dir ein solcher Mensch begegnet dir wieder ja und es gilt sich mit ihm auszusöhnen oder ja einfach Beziehungen zu überdenken ja neu zu starten vielleicht auch ja ja schau einmal interessant aber eben das ist auch bemerkenswert ja es ist eben ein König ja das ist ist nicht wenig das ist nicht gering aber er ist eben nicht der Herrscher also nicht auf kompletter Augenhöhe mit der Herrscherin ja ja aber ein Mann zum Heiraten sozusagen ja weil er einfach zuverlässig ist auch ja und da haben wir noch den Gehengten ähm das ist interessant auch wieder eine große Hagana ja also da auch wieder wichtige Energie ja das wenn ich das so sehe dann könnte es einfach heißen du begegnest einem Mann den man eigentlich vom Fleck weg sozusagen heiraten könnte sollte ja weil er einfach stabil und zuverlässig ist und ähm ja einfach auch im Wohlergehen lebt und dich daran teilhaben lassen möchte und hier gerätst du vielleicht so ein wenig in ähm in Überlegung ne weißt nicht so recht wie darfst du dich da entscheiden wie solltest du dich entscheiden ja und das kann sein dass das ganz plötzlich kommt ne zack bist du gefangen und hängst da kopfüber ja und kannst über nichts anderes mehr nachdenken weil ja sozusagen dein Herzschlag dich da ganz durchströmt und dich zur Erkenntnis bringen möchte ja 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 höre auf dein Herz was es dir sagt ja Herz über Kopf ja da wird der Verstand einfach so ein Stück weit ausgeschaltet mit dieser Energie ja ja der Verstand der plauert uns ja manchmal ganz schön zu mit Abwägungen mach es so mach es so nein das spricht dafür das spricht dagegen ja aber was sagt dein Herz ja wofür schlägt es kann es für diesen Menschen schlagen ja ja am Ende dieser Energie wird auf alle Fälle eben der Erkenntnis stehen ne nachfolgende Karte ist dann der Tod und da ja ist sozusagen alle Überlegungen oder alle ja Abwägungen einfach auch zum Ende gekommen oder wird zum Ende kommen ja und entschieden werden wie es weitergehen soll wo das der lebenswerte Weg weitergehen soll ja ja interessant ja schau einmal was haben wir hier weiter hier haben wir die vier der Kelche ja 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 das kann heißen dass du da vielleicht nicht zufrieden bist unzufrieden bist ein bestimmtes Angebot vielleicht einfach auch gar nicht siehst ja das des Königs der Münzen oder ein anderes Angebot ja ähm das kann natürlich einfach auch umgedreht sein dass derjenige Mensch dann dein Angebot gar nicht mehr sieht deine Antwort deine Entscheidung den Kelch der Liebe den du reichst ja ich sehe es ja noch ein Stück weit eben und eher für deine Energie ja dass da einer steht mit seinem Angebot mit seinem liebevollen Angebot du schaust vielleicht noch sehr auf vergangene Erfahrungen das was vergossen ist verflossen ist leer getrunken ja was schon zurückliegt aber du bekommst gar nicht so richtig mit dass da einer dir einen Kelch reicht seinen Kelch der Liebe ja das kann in Beziehungen sein ja in Liebesbeziehung das kann natürlich aber eben auch in jedem anderen Bereich sein ja vielleicht vielleicht eben auf der Arbeitsstelle dass du da Angeboten bestimmte Aufgaben angeboten bekommst die wertschätzend sein sollen ja und du magst es gar nicht oder denkst noch darüber nach oder ja bemerkst es nicht das kann in der Familie sein in Freundschaften vielleicht einfach auch ja vom Leben grundsätzlich ja vielleicht reicht Gott dir da einen Kelch einen liebevollen für eine Entwicklungsmöglichkeit ja auch den Kelch ja der Anerkennung der Liebe damit du zu deiner eigenen Liebe auch besser stehen kannst und ja du siehst es vielleicht noch nicht so recht schauen wir mal weiter aha und hier kommt dann der Herrscher ja das wäre der der auf Augenhöhe ist mit der Herrscherin ja der eben auch alle Elemente zur Verfügung hat ja sich zu beherrschen weiß seine Macht gut einzusetzen weiß hoffentlich ja es kann natürlich einfach auch sein dass die Herrscherenergie so ist dass sie andere beherrscht bis hin zu bedrückt oder ja hantiert hantiert ja vielleicht kommt dann noch eine zweite Person auf dich zu ja die treffender ist ja die eine Herrscher eben wirklich ist die mit dir auf Augenhöhe ist kann natürlich sein der König der Münzen entwickelt sich dann aufgrund dessen dass du ja erst einmal ablehnst auch oder das gar nicht bemerkst sein Angebot entwickelt sich dann auch in die Energie des Herrschers ja wenn es für deine eigene Energie steht dann kommst du hier einfach auch viel mehr in Tatkraft in Handlung ja arbeitest an deinen Projekten an dem was du ja einfach mal als Ideen Inspirationen einfach auch empfangen hast und ja machst nun Pläne setzt das um schaust einfach wie du deine Mittel einsetzt und wie alles vor sich gehen kann ja ja was haben wir noch oh hier haben wir die Fünf der Schwerter ja das ist keine unbedingt schöne Energie ja die Fünf der Schwerter die sprechen immer vom vom Kampf ohne Sieger ja hier ist es etwas milder dargestellt hier ja ist die Suppe einfach versalzen ja hier haben viele Köche den Brei verdorben ja gab es Reibereien zwischen den Meinungen und Standpunkten und ja vielleicht einfach auch heftige Gespräche ähm Angriffe gegenseitige so dass ja eigentlich Traurigkeit zurück bleibt oder Enttäuschung Verletzung ja das kann aber auch für deine eigenen Zweifel stehen deine inneren Zweifel Selbstzweifel ja ja dass du vielleicht das einfach auch gar nicht fassen kannst dass hier jemand auf dich zukommt der mit dir auf Augenhöhe ist und dir ein Angebot macht ja vielleicht hast du einfach auch sehr lange darauf gewartet und gehofft und na jetzt passiert das hier jetzt tritt das ein und ja das ist für dich ganz unfassbar ja vielleicht wärst du das auch erst einmal ab ja und ja manchmal verhalten sich Menschen ja dann einfach auch verletzend weil sie ähm so ein tolles Angebot für sich gar nicht annehmen können sich da selbst nicht wert genug sehen dafür aber es ist auf Augenhöhe ja wir haben Herrscher und Herrscherin ich weiß das jetzt eine Liebesbeziehung eben auch betreffen sollte aber vielleicht einfach auch eine Arbeitsbeziehung ja vielleicht findest du da einen ganz tollen Arbeitspartner ja Geschäftspartner sozusagen oder einen ganz tollen Freund fürs Leben Freundin fürs Leben ja 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 möglicherweise hast du aber eben und anders betrachtet bisher einfach auch wirklich so viel geschafft und gewirkt in der vergangenen Zeit ja noch einmal alle Kräfte auch aufgebracht dass du ja jetzt einfach auch am Ende deiner Kräfte bist ja ist es satt hast zu kämpfen ja schau mal weiter ja schau mal weiter aus den fünfter Schwertern sind dann die fünfter Kirche geworden ja nach Gesprächen die hier vielleicht passiert sind hin zu bestimmten Personen sei es eben in der Liebesbeziehung sei es in der Familie in Freundschaften im beruflichen ja da ja bleibt dann Enttäuschung zurück Traurigkeit vor allen Dingen auch Traurigkeit über das was vergossen ist was verflossen ist ja welche Gefühle da einfach auch ausgebrochen sind aber das ist eigentlich das schöne und hilfreiche aufbauende an den bei den fünf Kälchen im Rücken stehen zwei Kälche ja zwei aufrechte gefüllte Kälche die eben nicht vergossen sind die eine Chance bieten ja mit denen Leichtigkeit verbunden ist Lebensfreude die die darfst du nutzen ja schau nicht auf das was nicht mehr möglich ist ja hier haben wir wieder die drei Kälche sie schaut die drei Kälche an er schaut auch die drei Kälche enttäuscht an hier sind es mittlerweile zwei Kälche die ja als neue Chance als neue Möglichkeit zur Verfügung stehen ja was so viel heißt wie hier hat dir einer einen Kälch gereicht und du merkst deine eigene Zuneigung auch ja du hast hier eigentlich auch schon deinen Kälch entgegen gehalten angedeutet einfach auch ja ja nutz diese Chance einfach auch der Beziehung auf Augenhöhe ja ja wenn wir an die zwei Kälche eben im Tarot denken an die zwei Kälche Karte dann stellt das ja einfach auch diese Beziehung auf Augenhöhe dar und hier haben wir sie ja auch mit dem dem Herrscher und der Herrscherin liegen ja trau dich ja überwinde alten Kummer vertraue einfach in deine Liebenswürdigkeit in deine Liebesfähigkeit in das Angebot ja ja und lass die Selbstzweifel ein Stück weit hinter dir ja ziehe auch da Grenzen ja zu Gedanken die dir immer wieder vielleicht auch einreden hm das wird eh wieder nichts oder du bist nicht liebenswert genug oder man weiß wie dieser Mensch drauf ist ja schaust dir erst einmal an wie geht es weiter ho ja wunderbar also wenn ich das so sehe dann sieht es aus wie du entschließt dich zu dieser Beziehung ja du reichst deinen Kelch ganz bewusst auch und also fantastisch hier die Königin der Kelche ist ja auch als schwangere Frau dargestellt ja vielleicht spielt Schwangerschaft wirklich eine eine wichtige Rolle auch noch da vielleicht darfst du dich einfach mit den Gedanken auch noch mal auseinandersetzen falls das noch für dich in Frage kommt mit einem neuen Partner ja einfach auch noch einmal Kinder zu haben ja ja zumindest auch ein neues Leben zu teilen ja ja die Königin der Kelche das ist das Gefühl der Gefühle also mehr geht da nicht ja also ähm die Kelche sind ja symbolisieren ja eben das Element Wasser und die Königin stehen auch in Verbindung mit dem Element Wasser ja jeweils mit den Kelchen mit den Gefühlen ja du gehst da auch ganz in deinem Gefühl auf aber ja die Königin der Kelche die weiß sich einfach zunächst einmal selbst zu lieben ja behält ihren Kelche erst einmal wertschätzend auch für sich aber teilt ihn auch mit anderen ja lässt andere an ihrer Selbstliebe einfach auch teilhaben verströmt ihre Liebe da auch ihr Gefühl ja wir sehen es hier die Katze freut sich die Fischlein freuen sich über die Wassertropfen und die Gegenwart die Präsenz der Königin ja und eine Königin ist eben kein Bube oder auch kein Ritter sondern eben eine Königin sie hat ihre Gefühle einfach da auch im Griff ja ja komm ganz hinein ins Fühlen ja du darfst da in deinen Gefühlen einfach auch aufgehen und ja dann einfach auch losgehen und dich auf die Suche nach den zwei Kelchen machen beziehungsweise eben diese zwei Kelche annehmen ja hm ja wenn du diese zwei Kelche nicht annimmst oder ne diese Beziehung da auf Augenhöhe ja das ist okay das ist deine Entscheidung ja natürlich dann ja sagt dir die Energie der acht Kelche einfach das ist ein Aufbruch schweren Herzens dann von einem Angebot weg ja vielleicht aber eben auch von Liebeskummer weg von ja von Kummer über altes Verflossenes dass du dich da mutig aufmachst ja und da Stimme deines Herzens da einfach auch folgst und ein Angebot annimmst das dir gereicht wurde oder dich eben auf die Suche nach einem neuen machst ja sehr viel Kelchenergie hier hier scheint das Thema Liebe für dich im November ganz stark und wichtig zu werden aber es muss eben nicht nur eine bestimmte Liebesbeziehung betreffen sondern es hat natürlich wie wir hier einfach auch mit der mit der Königin der Kelche sehen aber eben auch zum Beispiel mit der Herrscherin und ja einfach auch schon Anklang es wird viel mit deiner Liebe zu dir selbst auch zu tun haben ja dass du dich selbst schätzt und achtest ja und da dann einfach auch hinein vertraust und optimistisch bleibst im positiven Denken bleibst dass sich die Liebe dir zeigen wird ja was haben wir noch an der Unterseite des Kartendecks fantastisch das ist das Ast der Kelche ja das ist die das Liebesangebot das Gott dir reicht ja du bekommst zu allererst und auf alle Fälle immer Gottes liebende Wertschätzung auch gereicht ja damit du für dich selbst einfach erkennst wie liebenswert du bist und wie liebesfähig ja und dass du dich selbst einfach auch lieben und annehmen darfst ja das ist ganz wichtig denn nur dann kann einfach auch dieser dieser Kelch überfließen ja hier haben wir es auch wieder der Kelch fließt über ja da ist Harmonie in dir selbst und Zufriedenheit in dir selbst aber eben auch Wohlfühlen um dich herum ja von Mensch und Tier und Natur das wird allen miteinander Wohl tun natürlich zuerst dir dass du dich selbst liebst ja schauen wir noch welches Krafttier dich hier begleiten darf durch den Monat der Schwan ja das ist einfach auch ein Tier für die Liebe das ist ein Krafttier Licht ins Verborgene bringen Altes kann gehen ja Neues entstehen Liebe ja wenn zwei Schwäne zueinander kommen dann auf Augen die Beziehung auf Augenhöhe dann eben haben und leben bilden sie ja zusammen ein Herz treu loyal aufrichtig ehrlich ja das wünsche ich dir dass du das in dieser Begegnung findest so und selbst auch zeigen kannst es steckt in dir ja was haben wir noch Seelenengel Orakel welcher Seelenengel steht dir zur Seite welchen brauchst du vielleicht besonders oh das ging auch schnell den Engel des erholsamen Schlafes lasse den Tag hinter dir ich wiege dich in den Schlaf ja auch das gehört zur Selbstachtung zur Selbstliebe mit dazu dass du ja dir einfach auch Erholung gönnst ja das dir zuliebe einfach auch darauf achtest dass du dich erholen kannst ja und vielleicht ja hast du im Schlaf einfach auch bestimmte Träume zeigen sich dir in deinen Träumen Wege Möglichkeiten Ideen wie du in bestimmten Dingen Entscheidungen auch weiter vorgehen kannst ja oder oder wie du von allem nachdenken einfach auch einmal Abstand nehmen kannst um selbst zu Kräften zu kommen ja wunderbar da wünsche ich dir eine gesegnete Zeit und eine einen guten Weg durch die Energien und ja hoffentlich oder vielleicht eben zeigt sich da die Liebe ganz besonders und empfehlenswert vertraue darauf es zeigt sich auf alle Fälle die Selbstliebe ja dass du in Selbstliebe gehen darfst ja na dann bis bald alles Liebe eure Tara von Tarot Rainbow das und da sa das in